Moin! Hier wollen wir einen Einschwingvorgang mit Hilfe der Laplace-Transformation berechnen. Wir haben hier eine ideale Gleichstromquelle und die wird zum Zeitpunkt t gleich 0 auf die Parallelschaltung aus einer Induktivität, einem Kondensator und einem Leitwert geschaltet. Und im ersten Aufgabenteil sollen wir mit Hilfe der Laplace-Transformation den zeitlichen Verlauf der Spannung an der Parallelschaltung berechnen. Überlegen wir uns also erstmal, wie die Schaltung aussieht. Wir haben die Parallelschaltung aus LC und G, soweit klar. Und parallel dazu geschaltet haben wir die ideale Stromquelle. Und jetzt ist der springende Punkt, wie baue ich denn da jetzt einen Schalter ein, sodass ich diese Stromquelle zu einem gewünschten Zeitpunkt auf diese Parallelschaltung der passiven Bauelemente schalten kann. Und jetzt ist es ja so, dass eine ideale Stromquelle immer ihren Strom liefert. Und darum darf ich den Schalter da jetzt nicht einfach in Reihe schalten, denn damit hätte ich dann das Modell von dem idealen Bauelement verletzt. Also der Strom muss fließen können. Da darf ich nicht einfach einen Schalter in Reihe zu einer idealen Stromquelle schalten. Darum schalte ich den Schalter parallel dazu. Und solange der geschlossen ist, ist er ja ein Kurzschluss. Und dann fließt der Strom von der Quelle einfach nur so im Kreis und nicht durch L, C und G. Und wenn ich dann den Schalter öffne, dann kann der Strom anfangen zu fließen. In diesem Bild habe ich schon mal die Transformation in den Bildbereich gemacht, also in das Schaltbild, das wir für die Laplace-Transformation brauchen. Da sehen wir, den Strom drücke ich jetzt aus mit dem Gleichstrom geteilt durch S. Meine Spule hat die Impedanz SL, der Kondensator 1 durch SC und der Leitwert bleibt einfach G. Und jetzt möchte ich die Spannung an dieser Parallelschaltung berechnen. Und das kann ich einfach machen über das Ohmsche Gesetz. Ich habe doch den Strom gegeben, der da rein fließt. Und die Spannung ist ja Strom mal Widerstand. Das heißt, ich nehme hier, weil es eine Parallelschaltung ist, den Kehrwert der Summe der Leitwerte. Mir gefällt dieser Ausdruck noch nicht. Ich möchte den ja gleich rücktransformieren. Und mir gefällt es nicht, dass da zum Beispiel das S, meine komplexe Frequenzvariable, so im Doppelnenner steht. Darum werde ich jetzt als erstes mal diesen Ausdruck mit SL erweitern. Und wenn ich das mache, dann kommt folgendes raus. Okay, und was mir jetzt immer noch nicht so richtig gefällt, ist, dass da im Nenner bei dem S mit dem höchsten Exponenten, also dem S², da steht ja auch noch irgendwie so ein LC dabei. Und ich möchte gerne, dass das S² alleine steht. Darum werde ich gleich mal Zähler und Nenner durch LC teilen. Und außerdem sehe ich noch bei dem Vorfaktor IK durch S, da kürze ich dieses S im Nenner doch gegen das S im Zähler bei dem SL. Das werde ich jetzt auch mal rausnehmen. So, und damit habe ich jetzt einen Ausdruck und den kann ich in meinen Formelsammlungen finden. Und jetzt habe ich mal in meine Tabelle geschaut und habe da folgende Korrespondenz gefunden. Irgendwie so ein Ausdruck, wo ich ein S² habe, ein S mit dem Vorfaktor und einen reellen Part. Und das wird dann transformiert in einen gedämpften Sinus. Und wenn wir hier jetzt mal einen Koeffizientenvergleich durchführen, dann sehen wir doch, dass offenbar mein 2Δ, der Vorfaktor vor dem S, entspricht offenbar G durch C. Und das heißt, mein Δ ist dann also G durch 2C. Und den nächsten Koeffizientenvergleich kann ich da machen, bei dem reellen Part. Also Δ² plus ω² ist offenbar 1 durch LC. Das kann ich nach ω umstellen. Und da steht jetzt noch das Δ² in dem Term drin. Und Δ kenne ich ja auch schon. Das kann ich also auch einsetzen. Ja, und damit habe ich alles zusammen, um meine Rücktransformationsformel anzuwenden. So, dieses hier haben wir jetzt gerade rausgekriegt. Und wenn ich jetzt meine Rücktransformationsformel anwende, dann kriege ich also dieses hier raus. Man müsste jetzt halt nur noch die Terme für Δ und ω einsetzen. Das habe ich mir jetzt mal gespart, weil das dann nur unübersichtlich wird. Wir kommen zum zweiten Aufgabenpunkt. Wir sollen uns überlegen, wie groß denn die Spannung an dieser Parallelschaltung ist, wenn wir unendlich lange warten, nachdem der Schalter geöffnet wurde. Naja, da könnten wir doch einfach jetzt mal unsere Formel nehmen. Wir haben doch einen mathematischen Ausdruck für die Spannung. Und wenn ich da jetzt für meine Zeitvariable t unendlich einsetze, dann sehe ich, ich habe da diesen Faktor e hoch minus unendlich und das ist 0. Na gut, wir hätten das Ganze auch einfach durch hingucken und nachdenken machen können. Also, wir öffnen da den Schalter. Dann kommt es zu irgendwelchen Einschwingvorgängen. Aber, wenn wir jetzt lange genug warten, dann wird doch die Spule zu einem Kurzschluss. Denn wir haben es da mit einer Gleichstromquelle zu tun. Und nach einiger Zeit wird dann die Spule wie ein Kurzschluss sein. Und entsprechend fließt da dann der ganze Strom durch und wir haben keinen Spannungsabfall mehr. Im dritten Aufgabenteil sollen wir jetzt noch berechnen, welche Ströme denn durch den Leitwert und durch die Kapazität fließen. Okay, das geht also um diese beiden Ströme. Und das ist recht einfach, denn wir kennen jetzt ja schon den Spannungsabfall an den Bauelementen. Und das heißt, für meinen Leitwert, da kann ich einfach das Ohmsche Gesetz anwenden. Und für die Spannung setze ich den Ausdruck von oben da ein. Und da kriege ich dann dieses hier. Für den Stromfluss durch den Kondensator ist das ein klitzekleines bisschen komplizierter. Hier, wir verwenden wieder die Bauelementgleichung. Und da müssen wir halt die Spannung ableiten. Und da müssen wir darauf achten, wir haben ja das Produkt von zwei zeitabhängigen Funktionen. Die E-Funktion und den Sinus. Und da müssen wir also die Produktregel anwenden. Und auch noch jeweils daran denken, dass für die Ableitung ja gilt, innere Ableitung mal äußere Ableitung. Wir haben in diesem Video nur den Schwingfall betrachtet. Das bedeutet, die Bauelemente sind so dimensioniert, dass nach Öffnen des Schalters die Spannung anfängt erstmal zu schwingen. Es könnte aber auch sein, dass die Bauelemente so dimensioniert sind, dass wir den Kriechfall bekommen oder den aperiodischen Grenzfall. Das werde ich in anderen Videos besprechen. Das wollte ich hier jetzt nicht auch noch mit reinnehmen. Vielen Dank.